Sensura Mio Concav – Anwendung des Produktes Markieren Sie die Größe und die Form des Stomas auf der Stomaschablone mit einem Stift. Anschließend schneiden Sie eine Öffnung in Größe und Form des Stomas aus. Zum Verschließen legen Sie den Beutel mit der Stomaplatte nach unten auf einen Tisch. Verschließen Sie den Auslass, indem Sie ihn von unten nach oben dreimal hochfalten, bis der Klettverschlussstreifen sichtbar wird. Klappen Sie anschließend die beiden Klettverschlussflügel nach innen und drücken Sie diese auf dem Klettverschlussstreifen an. Reinigen Sie das Stoma und die Stoma umgebende Haut gründlich. Vor dem Anbringen der Versorgung muss die Haut vollständig trocken sein. Nun drücken Sie in die Mitte des ausschneidbaren Bereichs und stülpen die fünf Flügel der Hautschutzplatte nach innen um, sodass Sie vom Beutel wegzeigen und ziehen anschließend die Schutzfolie vom Hautschutz ab. Halten Sie den Hautschutz mit den inzwischen wieder zurückgestülpten Flügeln fest. Richten Sie den Hautschutz rund um das Stoma aus. Drücken Sie zunächst den inneren Bereich fest an. Der Hautschutz muss rund um das Stoma eng anlegen. Anschließend die Flügel auf dem Bauch andrücken. Drücken Sie den Hautschutz nochmal von innen nach außen fest an. Ertasten Sie den Stabilitätsring im inneren Bereich des Hautschutzes. Streichen Sie den Hautschutz kreisförmig zwischen Stabilitätsring und Öffnung fest an die Haut an, um eine sichere Haftung zwischen Hautschutz und Haut um das Stoma zu erreichen. Drücken Sie zunächst die Ausbuchtungen zwischen den Flügeln an und anschließend die Flügel selber. Zum Entleeren des Beutels öffnen Sie den Klettverschlussauslass und lassen den Inhalt des Beutels in eine Toilette fließen. Reinigen Sie den Auslass mit einem trockenen Tuch, zum Beispiel mit Toilettenpapier. Verschließen Sie den Auslass anschließend wieder. Halten Sie den Beutel an der Abziehlasche fest und rollen Sie ihn sanft von der Haut ab. Um das Entfernen zu erleichtern, können Sie gleichzeitig mit der freien Hand etwas Druck auf die Haut ausüben. Bitte lesen Sie die Gebrauchsanweisung aufmerksam durch.